Nach Hause kommen und mit einem Handgriff alle Peripheriegeräte ans Notebook anschließen. Das wäre schön. Mit der USB-Dockingstation von HP erfüllen Sie sich diesen Traum. Der hochwertige und schicke Turm bietet Ihnen extra viel Komfort und jede Menge Anschlussmöglichkeiten. Optisch ist die Dockingstation ein echtes Highlight. Mithilfe des Metallständers können Sie sie wahlweise quer oder hoch auf dem Schreibtisch platzieren. Zwei der fünf USB-Ports lassen sich um 90 Grad schwenken und sind so immer perfekt ausgerichtet. Und die beiden Audiobuchsen an der Front machen den Allrounder auch für PC-Besitzer interessant. USB-Anschlusskabel einfach mit dem Notebook verbinden und schon ist alles startklar. Bestellen Sie sich nun die perfekte Ergänzung für Ihren Schreibtisch. 3 3 Untertitelung des ZDF, 2020